Meine Damen und Herren, ja, 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 meine Damen und Herren, ja, Sie haben sich zugeschaltet zu einem Programminhalt, dem ist zu sagen, dass dies nur für verständige Menschen auszurichten sei. Ja, verständige Menschen, die noch ein Mitverständnis des sogenannten Mitverständnisses vom Mitverständnis für sich selbst noch miss-, äh, Entschuldigung, nicht missverständlich, aber mitverständlicherweise dann auch noch mitbringen zum Mitverständnis, dass Sie das dann auch verstanden haben. Verstehen Sie das mal mitverständlich hier auch, ja, das zu Ihrem Mitverständnis. So, das haben wir jetzt, das war eine Ausführung von einer Art von Einleitung, dass Sie auch verstehen, worum es geht, ja, und dafür sagen wir natürlich mal wieder, hier, hä, volle Polit, ton ab, nein, so, das geht doch, ja, wunderbar. So, Sie wissen, dass es eine, in Deutschland, ja, also, das habe ich mir hier, natürlich ist das auf meinem Zettel hier, ja, das ist es, ja, ja, also, es gibt eine, ich habe das hier, es gibt eine geheime Anstalt für Weltverbrecher, ja, und die ist in Deutschland, ja. Ja, das haben sich die internationalen Mächte, haben mir gesagt, die Deutschen sind die einzigen, die das schaffen, mit sowas noch umzugehen, ja. Ja, das müssen Sie mal erklären, wie, also, diese, diese Art der Anstalt, ja, eine, ja, gut, also, das habe ich jetzt, das haben Sie jetzt hier gehört, dann sagen Sie doch mal was dazu, das kann denn ja hier, was soll denn das. Ja, das kann ich machen, äh, es gibt, äh, Großmächte, das wissen Sie, ja, seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es Großmächte und das mit die Großmächte, da besteht die Gefahr, dass diese Art der Weltordnung dieser Großmächte gestürzt wird, verstehen Sie das? Gestürzt, ja. Und um diese Gefahr abzuwenden, hat man sich die Deutschen auf den Plan gerufen, das geht schon seit ewigen Zeiten, jetzt schon, ja, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte schon, ja, in heimlichen, äh, diplomatischen, hinter den Kulissen ist es so, dass sich das eingerichtet hat, dass deutsche Weltmachtverbrecher bei sich in Anstalten halten, ja. Ja, das müssen wir mal erklären, welche Art von Weltmacht, äh, äh, Verbrecher soll denn das sein, das ist doch, äh, also, jetzt geht's aber los, jetzt, also, ist das nur jetzt glaubwürdig noch? Na nun, kommen Sie mal nun nicht so, dass Sie meinen, das ist jetzt hier alles unter, ja, ich erklär Ihnen das mal, ja. Ja, wie wollen Sie denn das erklären, Weltmachtverbrecher, wie gehen, wie, 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 wie funktionieren die denn, ja, die sitzen jetzt in meinen Anstalten, und, da müssen Sie dann, die sind im Syndrom ihres Traumas, und werden dort behandelt, und kriegen dort pflegeleichte Zuwendung von, und nun funktioniert das auch mit dir. Ja, das machen die da mit denen, naja, dass das auch alles gut geht, ja. Ja, das habe ich Ihnen doch erklärt, hören Sie doch mal richtig zu, ja. So, das, äh, muss ich mir doch nicht vorwerfen lassen, dass Sie das nicht verstehen, hä? Äh? Na, dann, seien Sie doch nicht so unruhig, erklären Sie es doch mal jetzt richtig. Ja, also, diese Weltmachtverbrecher, die, das, äh, müssen Sie auch mal eine Frage stellen. Ja, die stelle ich denn mal. Also, äh, meine Fantasie geht ja vielleicht so, ich glaube, dass Sie darauf hinaus wollen, dass Weltmachtverbrecher, die wollen eine ganze Weltmacht stürzen, ne, das ist es doch, ne, dass, dass die das stürzen, ja. Ja, ne, das ist so. Ja, dann sind wir ja gleich beide beieinander dabei, dass wir das Gleiche verstehen, ne. Ja, und das machen die, da gehen die mit einem Taschenmesser, oder mit einem, nein, mit einem Messer machen die das. Die gehen mit einem Messer, na, weiß ich nicht. Dann suchen die sich ein weiches Ziel in einem Volk, und dann gehen die auf einen Flughafen, oder die gehen auf ein Oktoberfest, oder die gehen auf irgendwas wohin, oder die gehen bei einem Weihnachts, äh, äh, ja, weiß ich nicht, Weihnachts, wie geht das da noch mit dem Weihnachten? Ja, das ist ja mit diesem, ja, mit diesem Advent, und dann gehen die da hin, wo öffentlich Weihnachten, so ein Weihnachtsmarkt, das meine ich, ja, Weihnachtsmarkt, da gehen die hin, und dann, dann gehen die so wie, das mit den Ostfriesenwitz da schon so war, dann stechen die in den See, ja, mit dem Messer, aber die stechen in das, ja, da, und da stürzen die eine ganze Weltmacht. Und die Präsidenten der Welt, die haben natürlich Angst, dass sie sagen, oh, ich bin, ich, ich laufe auch auf dem Weihnachtsmarkt, oh, ich laufe da auch, wo, oh. Ja, aber das ist doch nicht das Schlimme, das ist doch normaler Terrorismus, wovon sie reden, das haben wir doch schon, das ist doch, mit ein bisschen Terrorismus stürzt man doch keine Weltmacht, das ist doch total absurd. Nein, da hören sie sich, sie hören sich, das ist die Angst, die Propaganda, das sich ausbreiten als psychischen Schleier auf das ganze Volk, das da niederlö, die Unsicherheit, das ist eine Lähmung, Lähmung, diese Lähmung führt zum Niedergang von Millionen von Menschen in einem ganzen Volk, wenn sie das da, wenn da zum Beispiel im Fernsehen ein Messer abgebildet ist, ja, ein Messer, ja, und sie nicht wissen, wofür das benutzt wird. Ja, das müssen sie irgendwann mal verstehen. Ja, also ich hab das verstanden, sie sind der Meinung, ein Messer ist imstande, eine Weltmacht zu stürzen. Ja, jetzt haben sie es, ja, und ich sag ihnen das, und ich hab mir das nicht vorzuwerfen, dass ich das verstehe, und sie nicht verstehen, ja, das müssen sie auch mal hinsehen, ja. Ach so, und deshalb, weil es Menschen gibt, die das verstehen, deshalb wird uns das immer gezeigt so, also öffentlich meine ich, dass man die Informationen, und nun denken sie doch mal darüber nach, ja, und die Information kommt ihnen, sie sind erreicht von den Informationen, und dann schützen sie das. Ja, schützen sie das, ihr imperialen Vorstellungen von dem, dass sie übermächtig da, dass ihnen da nichts dran an ihrer Macht, solches an Prestige, da nichts dran verloren geht. Ja, das kann ja auch gefährlich werden, alleine ein Messer, das müssen sie auch mal sehen, ne, das ist ja, ne, das, das ist es, ich sag ihnen das, da, das ist es mit denen da, und das sehen sie? Ja, wie, das, was sollte man da sehen? Sie sehen das, die Amerikaner zum Beispiel, stellen wir uns mal diese Macht so vor, die haben es geschafft, sich gegen die Indianer durchzusetzen, dann haben sie es geschafft, sich gegen eine englische Vorherrschaft durchzusetzen, dann haben sie sich gegen die südamerikanischen, das alles da, die Anson Indius und das alles da, auch diese da im Süden, da haben die so viel Interventionen gemacht, da, und dann haben die es auch geschafft, sich da durchzusetzen. Und dann sind sie noch nach Europa gekommen, und haben die gesagt, auch hier räumen wir mal auf, und dann machen wir ein D-Day, und das haben wir uns auch durchgesetzt. Und nun kommt das Messer. Verstehen Sie? Davon weiß ich nicht, das kommt aus dem Orient. Und jetzt bricht die Weltmacht, das geht nicht. Verstehen Sie? Zusammen geht nicht, zusammen, und so geht es nicht mehr zusammen, alles, was Sie denken. Das ist das Gefährliche. Und wir als Partner, wir müssen das als Partner verhindern. Wir müssen die Gefahr des Niedergangs der Weltmächte abwenden, indem wir endlich mal das da sagen, hören Sie auf, stechen Sie nicht in meinen See, und hören Sie auf, und das da, und diese. Ja, aber das kommt doch aber nur, das ist doch, da muss doch mal einer seine Tomaten schneiden, oder irgendwas, oder die Mama, denen leiht Brot über die Brust, mit dem Messer da so, so, und dann schöne Schnitten machen für die Kinder, dass die da, ja, das aufgeteilt, ihr Recht für alle, ja, da braucht man doch da. Ja, das ist, das Messer ist eine Entscheidung der Lebenshilfe als solche, das ist mal klar. Aber es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen. Ach so, da, ja, ja, das habe ich auch schon mal gesehen, ja, manch einer, der, das ist das, wenn das blutet, verstehen Sie, das, wenn das Messer immer dafür, das verstehen Sie nicht, ja. Ja, nun gut, das gibt ja auch nur, das Messer wird verwendet, da irgendwo, Schlachthof, weiß ich nicht, irgendwo, ja, das ist mal klar, aber, das ist auch noch normal, aber das gibt ja nur Menschen, die können damit dem Messer, das verstehen Sie nicht, die wissen nicht, was sie mit dem Messer anfangen sollen, das ist einfach unmöglich. Und, äh, was sagen Sie da, was ist Ihre Losung da für die Zukunft, da irgendwie? Ja, ich sage es den Weltmächten, ich sage es hier ausdrücklich in Richtung Russland. Russland und nochmal Russland und Russland. Und ich sage es auch den Amerikanern, ja, sagt es euch endlich selbst, Messer, Gabel, Schere, nichts, ist für kleine Kinder nichts. Ja, das wissen die doch auch, das ist doch nun auch nichts Neues mehr. Ja, es kann sein, dass auch der Deutsche, ja, auch mal was zum Sagen hat. Und wenn er was zum Sagen hat, dann bin ich der Meinung, dass er das sagen soll. Ja, das verstehe ich, das, ich sage das auch immer, Messer, Gabel, Schere, nichts da. Das war es schon immer gewesen, naja. Ja, und der Orient soll das endlich lernen. Die haben das noch nicht. Und die könnten die Weltmächte stürzen, wenn die das nicht verstehen wollen. Ja, dann sagen wir das auch mal jetzt in Richtung des Orients. Also, liebe Araber, ja, liebe islamischen Menschen, ja, ihr da, äh, mir ist es egal, wie ihr lebt, ja, ihr müsst es auch mal wissen, ja, sagt auch euren Kindern mal, ihr lieben islamischen Frauen und Männer und ihr da, ich sage euch es als Deutscher, sagt euren Kindern das. Messer, Gabel, Schere, nichts, ist für kleine Kinder nichts. Das ist bei uns nun mal so. Ja, das verstehen die. Glauben sie, dass die das verstehen? Wir sind deine Übermacht. Die fühlen sich an uns veröppelt und die laufen uns immer aus der Spur für irgendwas. Das geht nicht Imperial jetzt hier, was die da für einen Unsinn erzählen, ne? Ja, ich glaube das auch, dass die denken, wir wollen die, das wissen wir ja, die denken dann auch. Ja, das denken die, wir wollen die verscheißern, das ist es doch auch gewesen. Also nochmal, es ist möglich, dass die Abbildung eines Messers im TV alleine das Bild die Weltmacht stürzen kann. Und wie haben sie das jetzt nochmal? Da war jetzt noch was, was ich nicht verstanden hatte. Das ist, wenn sich der psychische Schleier der Angst um die Abbildung des Messers über das ganze Volk als Lähmung da her setzt, da sie alle Handlung so fähig werden. In einer Art Agonie, verstehen Sie? Agonie. Agonie von, es bewegt sich nichts mehr. Das ist immer so. Und daran geht eine Weltmacht auch runter. Ja, das ist ja ein perfides Werkzeug. Das ist, das ist so. Jetzt ist es so der Gedanke, das so genannten, wie aus einem Nukleus kann natürlich auch eine Art maximale Power hervorgehen. Das ist ein Nukleus. Eine maximale Power. Das ist ja wie ein Baustein des Nukleus, der maximalen Power. Das ist physikalisch möglich und dynamisch im Übrigen auch. kinetisch, alles so. Und Sie sind ja Meinung, ein Messer verändert die ganze Welt. Das ist es doch. Das ist es doch und das ist das, was in den Köpfen nicht reinzukriegen ist. Also das Messer abgebildet als solches. Stürzend der Weltmächte. Ach und deshalb ist das alles wie mit dem IS auf dem Sohn. Da wollen wir mal jetzt nicht drüber reden. Das lassen wir mal jetzt weg. Sonst hat da noch einer was verstanden. Dann kriegen die das noch alle raus. Ja, dann habe ich das auch verstanden. Ich danke Ihnen für Ihre Unterredung. Vielen Dank. Also, gehen wir hier raus. Sie haben das gehört. Das Messer, ein Messer, welches die Weltmächte stürzen könnte. Das kann so sein. Wir glauben das natürlich. Wir sind davon überzeugt, dass das auch alles mal passieren wird. Es kann ja nicht anders sein. Wir sehen die Bedrohung tagtäglich in den öffentlichen Medien. Und weil das so ist, haben wir uns der Sache einmal angenommen. Kann es möglich sein, dass ein Messer es schaffen kann, eine Weltmacht zu stürzen? Es ist möglich. Sie sehen es. Es geht. Das war es doch mal Ihre Berliner Ecke. Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, Ihr Sprachfunk. Und, ja, Untertitelung des ZDF, 2020